liebe leute hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play history mit viel glory empires mit dem großen kaiserreich epirus wir haben mittlerweile das habe ich gesehen ein kleines dekadenz problemchen das müssen wir mal in angriff nehmen es liegt sicherlich unter anderem daran dass wir diese oh ja es liegt mit großer sicherheit daran dass wir die diese regionen hier erobert haben die allesamt fast 30 krass zwischen 20 und 30 dekadenzpunkte angesammelt haben oh mann katago was hast du getan und rom was hast du getan die haben es ja in der zwischenzeit gehalten also bitte bitte rebellion ich brauche eine rebellion hier ich will die dinger loswerden ich würde dann die armee tatsächlich auch schon mal zurückziehen die kann sich ja hier nicht verstärken weil die loyalität zu gering ist und dann können wir wenn die nach sardinien kommt sie zielen und sardinien ist ja da mir gerade ins auge gefallen deswegen habe ich das scheinbar unterbewusst irgendwie vorgelesen wenn wir auf sie zielen sind können wir unsere armee restrukturieren und dann vielleicht doch noch mal über eine wagemutige landung in rom nachdenken ich beordere sie erst mal weiß ich nicht ja für eine runde dürfte das ja okay sein wenn beide da sind oder ist da überhaupt keine mehr ich rede die ganze zeit von irgendeiner mehr die ist da gar nicht mehr das war die armee die armee aha oh guck mal pontos hat sich ja auch gemausert hier kriegswagen haben die was können die 13 kampfkraft 5 angriff 3 verteidigung flankierungs modifikator 1 6 angriff nachteils wo im bewaldet zum fichberg ich ergibt sind verteidigungsnachteil auch und ein französischer texte les chariots de guerre sont proches de la cavalerie lourde dont leurs effets mais un peu plus orientées offensivement leur grande différence vient de leur vitesse de recrutement ils ne seront pas disponibles en grand nombre chacun coûteront un peu plus que le précédent habt ihr verstanden gut ähm also ich dachte hier wäre noch eine armee das war aber natürlich die große flotte die sich hier erholt hatte und die wir jetzt dann vielleicht ach so die hatte schon den befehl hier anzugreifen ja ich wollte sie schon direkt da hoch schicken aber dann lassen wir erst mal den verfolgen befehl am besten und schicken die armee zurück und hier kommt die flotte rüber genau die kann dann gegebenenfalls falls die römer doch hier unten rumfahren sollten die armee da schützen wobei das wird die auch gar nicht in einer runde schaffen oder ne 111 doch sie wird hier bleiben ok und sich da einschiffen alles klar gut da haben wir alles soweit erledigt können wir in die nächste runde gehen bevor ich hier noch weiter rum quatschen an der nordfront sehen wir gar keine römer mehr wir sind wahrscheinlich gerade mit claudius beschäftigt mit ihren mit ihrem bürgerkrieg mit den usurpatoren claudius und wer war unten am stiefel fabius ist er glaube ich wir hatten ja schon mal ein bündnis mit einem quasi oben in istrien den hat es dann aber komplett zerlegt weil er mit seiner armee komischen gewaltmarsch quasi vorbei an allen römischen festungen in den süden unternommen hat da gab es wohl irgendwie ein ziel für ihn oder so wir haben diplomaten nach dalmatien geschickt das richtig sie sind jetzt auch nur noch distanziert dann machen wir das noch mal wir haben das geld haben wir gibt metall aus um geld und mannstärke zu bekommen nein mechanischer bogen ihre nation kann nun gastra fetis schützen rekrutieren da sie die werkstatt des archimedes kontrollieren aha die ist endlich fertig geworden in der eine vielzahl von außergewöhnlichen manchmal auch tödlichen vorrichtung erfunden wurden die gastra fetis ist ein früher vorläufer der armbuss deren schafft beim spannen der waffe auf dem bauch des schützen lag daher der name bauchschleuder mechanische bögen existieren in verschiedenen varianten wie beispielsweise der arco balliste oder der chero ballistra heron von alexandria verfasste viele detaillierte beschreibungen derartige waffen in seinem werk belopeika ok ja vielen dank dafür und noch mal der hinweis die archimedes werkstatt ist fertig epirus hat die archimedes werkstatt fertiggestellt der bau wurde vom berühmten gelernten archimedes beaufsichtigt dieses sehr große gebäude heißt zahlreiche kluge köpfe willkommen und stellt ihnen alles zur verfügung was sie brauchen um erfindungen und neue bauverfahren zu entwickeln diese errungenschaft wird ein großes vermächtnis für die glückliche nation sein wir haben sie natürlich in unserer hauptstadt gebaut oder wo haben wir sie haben wir nicht wir haben sie halt wo haben wir sie denn gebaut irgendwo hier in der nähe war aber ein infrastrukturgebäude oder nicht wo ist denn das ding jetzt da auch nicht ich werde verrückt ich werde verrückt wo ist das teil naja wir können uns die regionen angucken es gibt hinweise darauf ein bogner wurde hier gebaut ach hier in etolien in der nähe von delphi haben wir sie gebaut hier ist sie auch schauen wir uns das mal an dekadenzverringerung 1 vermächtnissteigerung 1 4 garnitionen infrastrukturbonus fraktionsweit 12 prozent das ist ziemlich mächtig okkultur 16 ist auch sehr gut wir können erstmal eben überlegen was wir hier bauen wollen bevor wir das noch vergessen flachs haben wir hier nicht zur auswahl wobei ja eigentlich interner handel auch wie gesagt gewinnbringend ist also muss man nicht unbedingt bedürfnis vieh müsste gehandelt werden machen wir das so und dann will ich mal schauen bitteschön bei den einheiten was können wir jetzt hier bauen gastra fetes können wir jetzt hier rekrutieren angriff 1 verteidigung 3 fernangriff 9 fernverteidigung 3 unterstützungseinheit erfahrungsstufe 3 kampfkraft 5 bogenschützen sind die besten unterstützungseinheiten das habe ich ja vorhin bei den schlachten auch gesagt aber sie sind selten in ausreichend großer zahl verfügbar im gegensatz zu herkömmlichen planklern die einige nahkampf fähigkeit haben tun sie nur eins sie unterstützen die front sie sind sehr verletzlich wenn sie angegriffen werden und sollten sich nicht mit feindlichen einheiten duellieren jawohl 50 rekrutierung 13 unterhalt 3 manpower unterhalt also da würde ich doch mal sagen jetzt ist mal die frage können wir die nur können wir die machen wir das mal weg nur in unserer region hier rekrutieren nein wir können sie jetzt überall rekrutieren also wahrscheinlich überall wo wir bogner oder sowas haben also dann werden wir alle unsere armeen jetzt mit diesen armbrust schützen wobei das sind ja hier bogenschützen im spielprinzip aber mit diesen schützen ausstatten mindestens vier würde ich sagen hier rekrutieren wir bitte auch 1234 man stärke sieht immer noch gut aus auch hier auf sizilien vier stück ja dann haben wir für unsere drei hauptarmeen jeweils vier bogenschützen und wir könnten da wir immer noch plus 86 haben und auch metall und so weiter kein problem ist und geld tatsächlich langsam überlegen ob wir uns eine vierte große armee anschaffen wollen wir haben die provinz gebildet so bisher hat noch niemand in den chat geschrieben oder ich sehe es nicht vielleicht kommen von youtube oder so keine nachrichten durch keine ahnung falls das so ist kommt kurz zu twitch rüber und sagt bescheid was ihr davon haltet wenn wir im anschluss noch ein bisschen battle brothers oder doorkickers spielen eine neue partitur wurde vorgeschlagen von einem musiker im odeon plus neun vermächtnis also das odeon ist schon echt ganz cool ist jetzt schon mehrmals passiert die händler in artikel beschweren sich über erpressung alles klar hier brauchen wir ja einiges nichts davon können wir allerdings errichten wir könnten eine store errichten für den fraktionsweiten handelsbonus von fünf prozent nehmen wir sofort vor allem weil wir auch diese ganzen bonusgüter hier haben und damit 53 geld machen super ding falls ihr mal wie gesagt nach athen oder so kommt da kann man sich die store noch anschauen die händler in artikel sind die schlimmsten ja ja wir können endlich das arsenal bauen das ist so wichtig kostet 13 geld bringt ausrüstung würde aus bleizinn und kohle noch mehr bringen braucht eisen mit wahrscheinlich sowieso schon importiert oder was ja produziert waffen ja waffen haben wir schon das ist aber egal verringerung der metallkosten um 35 prozent von einheiten wahrscheinlich nur auf infanterie und schwere infanterie anwendbar okay das ding ist so wichtig weil nur wenn wir ein arsenal oder ein armeeversorger haben können wir unsere schwere infanterie also die hopliten und insbesondere unsere besten einheiten die sarissa phalanx beziehungsweise hier im spiel heißt er einfach phalanx einheiten endlich endlich reformieren und dann können sie vielleicht auch im direkten duell mit den reformierten legionen besser standhalten propylen bringen vermächtnis propylen sind diese säulen diese überdachten säulen gänge die quasi die eingänge zu denen überhaupt zu größeren anlagen sind zu tempel anlagen oder aus athen wo wir gerade bei athen sind kennen wir das ja der quasi der aufgang dieser stufenaufgang hoch auf die akropolis von athen das sind propylen prozessionstor da steht es ja auch in der beschreibung 24 kultur und vermächtnis einen halben punkt pro runde klingt gut weiß man nicht warum das hier hinten in so einer region unbedingt gebaut wird aber sollten wir vielleicht eher im kernland mal bauen regionale straßen das ist auch schön können wir mit den mauern vielleicht mal weitermachen nein wir können allerdings werkzeuge herstellen eisen wird nämlich schon importiert gradiatoren schule bringt hat die kadenzen loyalitäts bonus ist cool von 16 und verringertes aufstandsrisiko auch aber machen wir mal mit den werkzeugen weiter die kann man auch gut handeln glaube ich schule sehr sehr gut thesaurus bringt konvertierung das könnte hier oh ja ja das ist hier wichtig konvertierung wäre hier wichtig steuerungsnachteil geschenkt geld haben wir und bringt auch kultur brauchen wir sofort keine frage durch das gesundheitswesen haben wir hier eine bevölkerungseinheit bekommen schön hier oben wachstum und stadtmauern gebaut und sonst gibt es ja auch nicht viel muss man mal sagen vielleicht machen wir mit einem theater weiter um die loyalität zu erhöhen dauert allerdings zwölf runden machen wir das mal was ist denn wenn wir hier die leute rüber schaffen acht runden wachstum in 7 wachstum ist jetzt erst mal nicht so wichtig das 2 plus 1 wir machen es doch so da bin ich halt irgendwie immer noch dabei das alles immer manuell anzupassen das finde ich irgendwie einfach weil sie nicht besser rezeptoren haus ist wie gesagt ein musste 20 dekadenz sind hier drin aber stadtmauern drei runden machen wir sofort hier in unserer grenzstadt erscheint mir das doch relativ wichtig zu sein dass wir da endlich mal bessere mauern bekommen hatte ich hier schon in bizanz geguckt eigentlich da wird doch irgendwas angezeigt den ratmacher haben wir dort fertiggestellt der holz wird hier benötigt glücksspielring loyalität ist noch im rahmen brauchen wir also nicht noch mal waffenherstellung könnte man machen köhler brauchen eigentlich auch nicht vielleicht machen wir einfach mal sanitäranlagen hier wie sieht es denn sonst so aus habe ich noch irgendwas übersehen ja wir können hier mal irgendetwas in auftrag geben ich weiß nicht infrastruktur hoch die ist ja nicht so gut ausgebaut auch infrastruktur und hier geht es gar nicht wie sieht es denn da mit der loyalität jetzt aus aber warum wartet mal loyalität 0 aber warum aufstandsrisiko nur 7 warum so wenig aufstandsrisiko hier immerhin 6 hier steigt tatsächlich die loyalität langsam eigentlich hätte ich das mal nicht erobert war hätte ich das mal nicht gemacht die römische flotte ist uns durch die lappen gegangen so wie es aussieht warum blinkt das feind in richtung epirus warum blinkt denn die region wir können irgendwie mit der flotte da rein fahren das ist ja wohl auch ein bug das dürfte ja wohl nur bei den eigenen küsten region mit häfen gehen okay ich kann ja wohl jetzt nicht mit der flotte da rein fahren kann ich ja bei den anderen hier auch nicht das lassen wir mal schön so die armee setzt hier noch über genau gut die flotte könnte sich noch eine runde erholen dann schicken wir erst mal die eine los haben wir hier im kreis kommt dann hier zurück genau dann können wir nächste runde die große flotte los schicken haben wir noch was mösia superior ist in unruhe ja verständlich werden auch ständig überfallen ein feigen laden bräuchte feigen könnte aus all luthus importiert werden wo ist denn all luthus scheint eigentlich möchte ich den makedonian ja nicht unbedingt geld hinterher werfen produziert stein auch schwer zu sagen macht es bringt auch noch dekadenz näht dann also bitte nicht bitte doch nicht solche sachen jetzt hier aus asinum habe ich wohl letzte runde schon übersehen skriptorium machen sie so ja sofort wie gesagt unser kultur dekadenz verhält es sieht nicht gut aus wir haben dieses mal sogar 200 von unserem möglichen zuwachs hier an inflationen verloren und guckt euch das mal an 1600 zu 2100 fast gar nicht gut gar nicht gut so wir haben alles erledigt was die regionen angeht dann löse ich wohl noch mal den wechsel aus genau die kommen die nächste runde die bogenschützen sehr schön da freue ich mich schon darauf dass wir die haben die römer hatten ja jetzt auch schon welche durch die reformen scheinbar oder sie haben auch ein gebäude da bin ich mir nicht sicher ich habe das aber gesehen sie haben auch bogenschützen oder sehen wir auch römische armeen sammarsien greift die und die lüre haben eine transportflotte verloren damit eine armee ja schlechte idee warum greift er nicht auf dem landweg da oben an das könnte spannend sein hier kartago hat den kampf aber gewonnen auch wenn es hätte auch anders ausgehen können sie holen sich nach und nach ihre regionen zurück ich bin mal sehr gespannt wie es da eigentlich generell mit der loyalität dann jetzt aussieht ja auch dazu den säulen des herakles sind die durchgestoßen also zur straße von gibraltar wir sind tatsächlich ein bisschen nach oben gerutscht in der platzierung wie kann das denn sein da müssen ja wohl andere abgeschmiert sein aber viele hier mit fünf fortschrittsmarken tatsächlich beeindruckend weil martien sie sind immer noch distanziert wollen sie eine kooperation mittlerweile nein wollen wir noch mal geld geben wartet mal der tatsächliche effekt hängt von der macht der nationen ab und ob du ihr schon zuvor ein geschenk gemacht hast was heißt das hat es mehr effekt wenn ich ihnen wieder ein geschenk mache oder nimmt es mit jedem geschenk ab sklavenmärkte wieder versuchen noch mal die verteilung ich glaube wir können die gebäude noch durchgehen dann sind wir mit der folge dann auch durch redner tribüne für loyalität hört sich schon mal gut an sklavenmarkt da an der grenzregion auf jeden fall nicht städte und großstädte brennen schon wieder überfallen herr gott ich komme gleich rüber und überfalle euch mal stadtmauern abgeschlossen schule wäre hier möglich wie sieht es sonst mit der produktion aus wachstum in 52 runden wir haben aber sehr sehr viele gebäudeplätze frei infrastruktur ist auch okay handwerksviertel wäre noch die option 14 dekadent ja kommen wir verbessern das prezeptoren haus hier haben wir auch stadtmauern gebaut nach und nach wird unsere verteidigung immer besser töpfer werkstatt sollten der rekrutierung jägerhütte jägerhütte braucht wildtiere die gibt es aber nirgendwo hier in der nähe laden für konservierte lebensmittel ergibt auch keinen sinn weil wir die ganzen bonusgüter nicht haben tongrube geld und infrastruktur machen wir mal die töpfer werkstatt vielleicht können wir das dann irgendwie exportieren hier haben wir den sklaven markt jetzt fertig gestellt weil hier eine region mit hoher loyalität ist glaube da können wir ruhig ein paar sklaven hier vertragen das ist okay wir haben dafür ja andernorts die sklaven märkte abgerissen hier haben wir stabile mauern wir könnten sogar sofort mit großen mauern weitermachen in epidemia oder wir errichten hier eine ölmühle produziert olivenöl und ich weiß das brauchen wir an einigen orten hier von daher wo kommen die pelze eigentlich her vom meisterjäger okay machen wir das mal in der hoffnung auch dass danach dann vielleicht hier so ein gestüt oder so freigeschaltet wird ja hier bauen sie an dem arsenal und hier haben wir den sklavenmarkt abgerissen und die gepflasterten straßen gebaut sehr gut das ist wichtig für die handelsreichweite also das ist echt eine riesenmetropole geworden auf corkera die insel ist völlig überbevölkert hauptsächlich mit sklaven ihr seht es auch sogar in der geldproduktion sind fast ausschließlich sklaven drin hafen oder kultur für loyalität kultur erst kultur danach den hafen räucherei in etulien skriptorium ist hier eine option und das ist in einer runde gebaut dann machen wir das sofort bevölkerungswachstum kann man aber nur momentan nichts bauen theater in trakien abgeschlossen theater bringt kultur das ist gut können auch glaube ich mal vier bürger in die kulturproduktion bringen ist doch viel besser manchmal habe ich auch das gefühl dass die entscheidung die sklaven um zu verteilen manchmal auch die pops irgendwie umverteilt eisen wird hier importiert naja eine kaserne oder eine taverne taverne machen wir mal bringt kultur und loyalität hier können wir nicht bauen was ist hier sanitäranlagen ja könnten wir direkt noch mal klares wasser hinterher geben wachstum in fünf oder den markt braucht töpfer waren und bonusgüter haben wir nicht farbstoff hier werden sehr sehr viele bonusgüter benötigt sehe ich gerade oder der wahrsager auch nur eine runde loyalitätsbonus 4 bringt geld welche drogen und kräuter sind oder hingebracht werden können scheinbar weiß nicht ob das auch ein anzeige fehler ist der letzte patch hat wie gesagt bei der lokalisierung einiges zerschossen hoffe mal das sind dann hier auch entsprechend nur anzeige fehler tja loyalität könnten wir mit dem freudenhaus hier erhöhen nikki ja schönen abend auch dir noch vielen dank wir sehen uns machen wir mal ach ich weiß auch nicht was wir hier machen sollen hanf salzwolle wird benötigt große mauern ach komm wir machen defensiv weiter warum nicht hier haben wir die tongrube fertiggestellt das rezeptorenhaus wird nicht lang überlegt das ist halt leider momentan so ne also wenn man jetzt hier diesen die sache mit der dekadenz irgendwie in den griff bekommen will dann muss man halt ab einem bestimmten zeitpunkt voll auf bildungsgebäude regierungsgebäude kulturgebäude gehen es hilft nichts flavius hat unser angebot abgelehnt weil er ist auch wieder erobert worden der martin hat das geplündert das wussten wir general atale ist eines natürlichen todes gestorben und wir haben 180 geld an inflation verloren ja wir haben auch keine römische flotte hier oben getroffen interessant interessant so die armee ist hier angekommen und die bogenschützen sind scheinbar hier drüben wie sieht es denn hier gerade wartet mal kurz mit der nahrung aus 36 scheint okay zu sein wir bringen die mal hier rüber die bogenschützen dann wollen wir mal auf die suche gehen wo sind die anderen denn die sind da rekrutiert worden bitte der armee anschließen und die sind hier oben drin nee das ist noch eine andere einheit hatten wir für die nicht auch noch bogenschützen rekrutiert ach die sind schon da drin die haben sich automatisch angeschlossen aha sehr gut und haben wir hier nicht eigentlich einen besseren general ich würde mal sagen wir gehen hier auf hegesias ihr seht jetzt hier ist überall die erfahrungsstufe um eins runter gegangen das wird nächste runde aber wieder resettet also wird wieder hergestellt wie sage ich hier mit der nahrung scheint auch in ordnung zu sein 37 39 ja okay defensiv weil wir wollen ja nicht vorgehen also dann ist der defensiv halt einfach besser ja und dann sind wir auch hier wieder am ende der folge angekommen liebe freunde ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen und es bleibt einigermaßen spannend größtes problem momentan der rapide zuwachs an dekadenz den wir unter kontrolle bringen müssen wenn es so weiter geht ja weiß ich auch nicht steuern wir langsam in richtung bürgerkrieg glaube ich aber langsam zum glück nur also es bleibt spannend ist zum nächsten mal